So, dann sage ich mal Hallo zur nächsten Lektion. Ich habe ja auch schon dementsprechend hier den Namen gewählt. If-Anweisung ist heute unser hauptsächliches Ziel. Also ich habe hier mal so ein kleines Programm geschrieben. Wir werden uns das jetzt hier mal angucken. Ich starte das am besten gleich einmal. So, und hier steht jetzt, bitte geben Sie einen Wert ein. Nur das ist der Satz, den er hier wieder findet. Mit Write. Deswegen wartet der Cursor auch jetzt hier hinter. Und nicht, das ist der Unterschied zwischen Write und Write-Line. Bei Read und Read-Line ist es genau das gleiche. Bei Line macht er einfach nur noch einen Zeilenobenbruch hinten dran, den er bei Write nicht macht. So, jetzt werde ich mal eine Zahl eingeben. Ich gebe jetzt mal einfach die 6 ein. Sie haben den Wert 6 eingegeben. Das ist genau das, was hier drin steht. Damit ihr so ein bisschen seht, wie das Programm erstmal arbeitet. Den Code erkläre ich dann gleich. Jetzt mache ich das mal wieder weg und starte den Code nochmal. Jetzt werde ich mal einen Wert eingeben, der kleiner ist. Und jetzt sagt er, der von Ihnen eingegebene Wert ist zu klein. Das ist genau die Anweisung, die hier unten hier drin steht. Und jetzt starten wir das Programm noch einmal. Und jetzt gebe ich mal genau 5 ein. Und da sagt er, der von Ihnen eingegebene Wert entspricht genau der Vorgabe. Ich klicke das wieder weg. Das ist das, was hier drin steht. Also was passiert? Mehr kann dieses Programm eigentlich nicht. Also, ich mache einen Int-Wert. Einen Int32 nenne ich I-Wert. Dann gebe ich den Text aus, den ihr oben immer gesehen habt. Bitte geben Sie einen Wert ein. Mit Konsole Write, dass der Cursor hinter der Zeile stehen bleibt. Dann frage ich den Wert ab. Mit I-Wert gleich Convert to Int32. Konsole Punkt Readline. Konsole Readline hatte ich ja schon beim ersten oder zweiten Video gesagt, eben in der vorherigen, genau mit den Eingaben, dass der nun String zurückliefert. Ein String kann ich aber nicht in einen Integer packen, also muss ich ihn konvertieren. Das mache ich mit Convert to Int32. Wir werden uns auch gleich noch angucken, dass das sehr unsauber ist. Wir werden in späteren Lektionen auch noch lernen, wie man das viel sauberer macht. So, dann wird hier, das ist die eigentliche If-Anweisung. Also hier frage ich, wenn der I-Wert größer 5 ist, die Anweisung an sich, die abzufragende Anweisung, wird in runde Klammern gesetzt. Dann kommen hier so geschwungene Klammern bei dem wenigen, was man jetzt hier macht. Ein, zwei Zeilen bräuchte man die eigentlich nicht, kann man es auch ohne machen. Ich mache es immerhin, ist ein schönerer Stil. Also hier nur ein Console of Writeline. Und hier habe ich mal was gemacht, eigentlich hätte ich es gar nicht so viel machen müssen. Um das zu verketten. Mit Plus kann ich halt Strings miteinander verketten. To String habe ich jetzt hier mal reingenommen, müsste ich eigentlich auch nicht. Das macht er eigentlich auch ohne To String. Nur damit ihr auch mal seht, dass man andere Werte immer in einen String wandeln kann. Das macht man einfach immer. Viele Datentypen bieten das an mit Punkt To String, Klammer auf Klammer zu. Hier Else, dann kommt der Else-Block. Also wenn das jetzt nicht stimmt, dann springt er hier rein. Und in Else-Block kann ich leer lassen. Also sprich hier einfach nur Else. Oder ich kann ihn hier auch mit einem If verbinden. Und hier frage ich halt nochmal speziell ab, ob der Wert gleich 5 ist. Und hier steht der Else-Block halt nochmal alleine, als wenn der Wert zu klein ist. Dieses Konsole Readline ist einfach nur da, um die Konsole offen zu halten. Und würde die sich, nachdem er die Auswertung gemacht hat, das angezeigt hat, die Auswertung, also das Ergebnis der Auswertung, würde er sich sofort wieder schließen. So. Warum ist, jetzt haben wir ja gesagt, das ist ja eine sehr unsaubere Methode. Das werde ich euch jetzt mal demonstrieren. Wir nehmen jetzt mal an, den DAO, den dümmsten anzunehmenden User. Und ich gebe jetzt hier mal ein Hallo. So. Jetzt drücke ich Enter. Und zack, es gibt einen Fehler. Warum ist dieser Fehler? Der Fehler ist jetzt, ich habe jetzt versucht, Buchstaben in eine Zahlenvariable reinzupacken. Das steht hier auch. Die Eigengabe hat das falsche Format. Das ist jetzt die Exception. Ja, das ist natürlich jetzt, gut, wir sind jetzt noch im Compiler, aber ich zeige euch jetzt mal, wie das aussehen würde, wenn ich das jetzt mit dem normalen Programm machen würde, ohne den Debugger. Damit ihr das auch mal seht, wie das so aussieht. Ihr könnt nämlich, immer wenn ihr hier oben was debuggt, außer ihr macht jetzt hier Steuerung und R5 starten ohne Debugging, dann nicht. Aber sobald ihr das Debugging startet, generiert ihr eine Exe-Datei. Und die findet ihr jetzt wie folgt. Ja, ihr müsst jetzt halt eben auf euren eigenen Dokumenteordner gehen, auf Visual Studio, Projects, ja. Dann müsst ihr hingehen, IF-Anweisungen, hier ist unser Programm, IF-Anweisungen. Dann gibt es hier eine BIN und hier eine Debug. Und hier oben ist eine Anwendung, nicht hier unten IF-Anweisung VS, sondern einfach nur die IF-Anweisung. Und wenn ich die jetzt ausführe, kann ich das Programm auch ausführen, seht ihr. Und wenn ich jetzt hier Hallo eingebe, und mache Enter, ja, dann macht er nämlich hier so ein Fenster hin. Die IF-Anweisung funktioniert nicht mehr. Ich sage jetzt mal einfach Programm schließen. Wir könnten jetzt Windows nach einer Lösung suchen lassen, aber das ist ja jetzt Quatsch. Dann kommt es zu solchen hässlichen, also das müsste ich, wenn ich das so mache, um mich gegen Fremdeingaben zu schützen, müsste ich eine sogenannte Try-Catch-Routine noch schreiben. Keine Sorge, das machen wir noch später, nicht jetzt. Aber so ist es eigentlich eine einfache, aber unsaubere Art, das zu konvertieren. Ihr könnt das zwar konvertieren, ihr seid aber auf Gedeih und Verderb dem Anwender ausgeliefert, dass diese Eingabe hier, die er macht, auch wirklich eine Zahl ist. Wenn er dann Buchstaben eingibt, habt ihr schon verloren. Das kann man dann wiederum hier in so ein, ja, so ein Try ist quasi nichts anderes, als dass ich jetzt hier, zack, so ein Try drumrum mache und noch Catch und auch in geschwungene Klammer reinschreibe, was er denn machen soll, wenn da jetzt ein Fehler auftritt. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, dann wiederhole das mittels einer Goto-Anweisung. Also es gibt auch in C-Sharp, das kann ich mal ganz kurz so zwischenrein sagen, eine Goto-Anweisung. Da könnt ihr hier auch so ein Label setzen, nicht zu verwechseln mit den Labels, die wir noch in Form behandeln. Das ist jetzt, was weiß ich, den Namen und einen Doppelpunkt. Dann könnt ihr im Programm hin und her springen, wenn ihr diese Labels anspringt. Einfach Goto und Namen des Labels dahinter mit, getrennt durch Leerzeichen. Allerdings, das ist ein ganz schlechter Stil. Das sollte man eigentlich in den Hochsprachen nicht machen. Ich habe es jetzt nur mal erwähnt, nicht, dass er sagt, ja, da ist ja nicht alles vollkommen, das hat er nicht erwähnt. Also das gibt es auch, man sollte es nur nicht machen. So, das ist jetzt die IF-Anweisung. Und als nächstes wollte ich mit euch die Switch-Case-Anweisung machen. Das ist so ähnlich wie die IF-Anweisung. Allerdings, der Unterschied ist, es ist sauberer zu implementieren. Also implementieren ist, Code einzugeben, zu programmieren. Weil es da halt eben die Einzelwerte und nicht Wertbereiche abfragt. Wir haben ja jetzt hier, das ist Ausnahme von unserem Else-IF, ja immer nur Bereiche größer 5. Ich hätte ja auch nur 100 eingeben können, dann hätte er auch noch den ersten Satz gebracht. Mit Switch-Case kann ich genau sagen, wenn das 5 ist. Alles, was man, wenn das jetzt dann zu kompliziert ist, alles, was man mit Switch-Case machen kann, kann man natürlich auch mit einer IF-Anweisung oder mit mehreren verschachtelten IF-Anweisungen lösen. Nur eleganter geht es halt mit der Switch-Case. Ich möchte es euch nicht vorenthalten. Also dann, bis dann. Ciao.